Seht ihr das? Über uns? Jo. Habt den Schatten hier sehen. Hey! Nimm die andere Seite! Sind das etwa... Na super! Na super! Er ist tot! Was sind da im Tiflo? Na super! Und vor allem hier gucken! Hier kommen wir runter! Moment! Hey! Nur ein Schimmelfleck! Guck mal wieder Katze! Und sonst noch und weh! Wollt ich denn nicht später ankommen? Guck! Das muss weh tun! Schön! Die Rätschen! Das ist schon vorbei wieder! Danke dafür! Bitte bitte! Meist doch gerne! Was? Springer? Scheiße! Zwei Stück ohne! Boah! Du Cockfiel! Scheiße! Und ich hab keine Ketten sehen! Und der macht seinen Namen aller Ehre! Der springt hier einander! Der slott! Torbier wir auch zusammen! Der springt! Ende ist nach woher der Kerner verflotspt! Kannst aber auch noch und rein! Der Sprenger scheint auch diese Vorstufe zu sein von diesen Hellschaden. So scheint es mir. Das ist ja schlecht. Na, vorbei. Warum frei ist denn überhaupt? Der Granata ist cool. Schmeiß doch. Wie erst er richtig mutig war und dann gesteckt hat. Nicht mehr. Nein. Nein. Leute. Hallo. Hallo. Da bist du wieder. Ja. Ja. Da bist du. Ja. äh, runter? Genau. Der ist so stark, der Hammerbust. Oh, genau. Mit dem letzten Schuss. Ich war nie weg. Eine Drohne weniger. Das waren alle. Wer die, wie weit noch bis zur Festung? Weiß nicht, aber wir erreichen zuerst das Museum. Okay, hoffentlich gilt dort ein striktes Springerverbot. Falls nicht, können wir das sicher vorschlagen. Oh nein, Freundchen, ich wende mich mit eindringlichen Worten direkt an die Verwaltung. Ja. So, war da oben noch was? Ja. Hm, das sieht zwar so aus, aber scheint nicht so zu sein. Milch. Noch ne. Ich dachte, das würde kaputt gehen. Wir kommen mit langen Schritten, oder langsamen Schritten, besser gesagt, immer näher. Oh nein. Genie, überhaupt. Das lebst, wie es läuft. Hinterher. Oh meinst. Scheiße. Mehr schwarm. Das enttun. Aha. das ist schlecht was denn nicht das muss doch gehen nein bitte 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 genau hinter ihm na komm Gut, der durfte ja auch nicht am Leben bleiben. Oh, das schöne Museum hier. Oh, shit. Oh, ich dachte da liegt wie es. Hey, das sieht aus wie Aufmann. Alter? Was soll das darstellen? Ah, okay, die lösen mich schon. Das war eine wahre Schlacht. Okay, die Luft ist rein. Seht euch um, es muss einen Ausgang geben. Ist das das Ampuls-Tor? Sieht so aus, oder? Werte mal noch in den Schrank. Oh, was sehen denn nach meiner Augen? Richtige Munition? Hä? Scheiße, da kommt ein neuer Schwarm direkt auf uns zu. Da zeigt mit allem dagegen, was ihr habt. Ich freue mich dann, dass ich den ersten Augen gucke. Das sieht aus wie Aufmann. Da ist der Roboter Shake vielleicht. Der? Das ist überhitzt! Was? Was? Die Kunst ist doch glatt mitten. Wir kennen die es zumindest nicht. Ich helfe euch dann mal, wa? Du bist überhitzt! Ich kann da auch gerne noch ran gehen, ja? Ja, schön für sie. Gleich weggehen. Oh, und wie ich gleich auch down gehe. Ab mit dir! Alter, das geht ja gar nicht hier gerade. Ja, mach du mal lieber. Und? Cool, der Boonshot liegt hier. Waffen sind scharf! Keine Ahnung warum! Schön, dass er das kritisiert. Sonsten hätte ich das auch gesagt. Was natürlich im Museum funktionstüchtige Waffen mit Munition sogar noch da sind. Ja gut, ich muss damit auch schießen können. Das haben wir hier. Die Waffe. Ja. Eben gerade gehört. Na gut. Passiert. Scheiße! Da kommt ein neuer Schwarm direkt auf uns zu! Ihr darfst euch mit allem dagegen, was ihr habt! Erstens! Scheiße, zu heiß! Mensch Mädel, lass das doch nicht wälzen da! Der ist tot! Ohne Entdeck! Ein Schuss noch! Ja! Guck mal, ich hab sogar die Mauna ein bisschen gleich weggekommen, oder? Es ist überhitzt! Ja! Ich will ja am liebsten nachein gehen, aber ich geh ja sofort den Daumen wieder! Und dann muss sie es machen, Alter! Ach, das war schlecht! Ach, das war schlecht! Das war anders! Guckt und das hier ist ganz schön! Ach, da kommt so viele! Pass auf! Wir sind drin! Wofür sind die denn hin? 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 Na, kommt ruhig alle her. Genug für alle! Waschen! Nein, nein. Ach Gott, diese Larven sind hier, finde ich furchtbar. Stimmt ja, hier waren ja noch die Spiele-Gonner. Wie? Nee, zum Ernst? Toll. Sehr schön, die K.I.P. lebt die wieder. Ich glaube, das Waffe wird sein, hätte auch viel zu lange im K.A.L.E. gedauert. Na. Schell. Och, und die Larven von hinten. Und da hinten liegt auch jemand. Das können wir doch mal schauen. Hä? Da steht wieder? Und der letzte sogar. Könnte sein, oder? Nee. Das war nicht der letzte. Was ist denn? Doch, jetzt bin ich in der Verfassung. Noch eine irgendwo. Ne. Ach, es kommt neue Welle. Und der Penner. Ach komm. Du Arm. Und genau geschafft, ey. Super. Schau mal, ob es da gespeichert ist, oder nicht. Ach, heftet er mir die noch an. Geschafft. Scheint aber. Hab sie! Haben wir es geschafft? Das ist momentan kein Ziel hier. Ansonsten kamen sie ja schon immer. Ja. Hier liegt auch keine Renate oder so mehr rum. Das ist gut. Schauen wir uns das hier mal an. Meine Großmutter hat da gekämpft. Hm. Du kommst mir bekannt vor. Und wie nicht.